Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zu einem Trading Bot Tutorial. Heute schauen wir uns das im Detail an, wie man einen Trading Bot erstellt. Für viele ist das nämlich immer noch eine offene Frage, aber in diesem Fall in Verbindung mit dem Momentum Moves Indikator. Den habe ich auch im letzten Video vorgestellt. Ich werde den nochmal unten in der Videobeschreibung am Ende des Videos oder jetzt hier auch oben nochmal verlinken. Es geht nämlich darum, dass man mit diesem Indikator, der wurde, man kann den manuell zwar traden, ja, absolut easy und mega, wie das funktioniert, aber das Mega Feature, was der hat, der wurde darauf optimiert, dass man ein automatisiertes Trading durchführen kann. Und da für alle, die den Indikator haben, ja natürlich die große Frage besteht, wie funktioniert das im Detail und die Nachfrage auch kam, hey, ich würde gerne wissen, wie ich das einrichte, kommt jetzt ein Komplett Tutorial. Ja, wirklich von A bis Z, wir richten das ein, vom ersten Punkt bis hin zum letzten Punkt und ich gebe noch ein paar Detailinfos dazu, wenn eine Position zum Beispiel durch den Bot nicht auf oder aufgeht, ja, woran kann das liegen? Das schauen wir uns alles im Detail an. Dazu gehe ich jetzt in mein Screen Monitoring. Da bin ich auch schon und ihr seht ja, ich habe hier jetzt Rune im 30-Minuten-Chart, ja, vom ersten Januar 2023 hier mit einem Profit von 526,09% mit diesen Einstellungen, ja, alles mit 1x-Hebel, wunderbare Einstellungen, Win-Rate in Series, also Win Series waren 25 hintereinander gewonnen und nur 3 hintereinander verloren und eine komplette Win-Rate von 77,53%. Zwar mit einem höheren Stop-Loss und höheren Risiko, das heißt, man kann 3% des Kapitals verlieren, aber es zahlt sich in dem Fall aus. Wie gehen wir jetzt vor, ja? Wir haben ja mehrere Möglichkeiten für den Indikator, ja, wirklich, wer den Indikator haben möchte, schaut auch einen Link in der Videobeschreibung, schaut euch das Tutorial an, der hat so viele unglaubliche Einstellungen, dass ich das nochmal ganz kurz zeige. Man hat, obwohl es ein Indikator ist, kann man backtesten. Und in dieser Performance-Box sieht man dann, was genau los war, ja, mit den verschiedenen Einstellungen. Ich kann Long-Short filtern, ich habe Trading Sensitivities, mit wie viel Kapital bin ich zum Beispiel gestartet. Ich habe einen EMA-Filter, da kann ich verschiedene EMAs auswählen, ja, wirklich, wirklich interessant. Und was haben wir dann noch? Wir haben hier die Risiko, also Risk Management. Ich sage, ich riskiere 3%, ich habe ein Break-Even-Target, nachdem Take-Profit 1 in dem Fall erreicht wurde, setze ich meinen Stop-Loss auf Break-Even, ja, dann kann noch nichts mehr geschehen, das ist auch hier zum Beispiel geschehen, obwohl er jetzt weiter hinunter geht. Er hat hier Take-Profit 1 abgeholt, hat dann den Break-Even leider erreicht, obwohl er jetzt weiter hinunter geht, aber der rettet in den größten Fällen, aber auch vor Minus-Trades dann, ja. Dann kann ich noch sagen, ich möchte den Stop-Loss in den Profit geben, nach Take-Profit 1, 2 oder 3, oder ich sage, ich möchte das auch gar nicht, ja, aber ich sage, nach Take-Profit 2 möchte ich, und dann habe ich aktiviert, meinen Stop-Loss 1% in den Profit geben. Wie kann das dann aussehen? In dem Fall so wie hier, zoome ich noch einmal etwas ran, damit dann ein Alarm kommt, wenn ich Take-Profit 2 abgeholt habe und den Stop-Loss im Profit erreicht wurde. Das wäre mal das. Was geht dann noch? Genau, sonst ist eigentlich eh nicht mehr viel. Ich habe noch die Trading-Fees, die natürlich hineinkommen, meinen fixen oder meinen fix bestätigten Stop-Loss in 3% eingestellt und dann gebe ich noch ein, wo sollen meine Take-Profit-Zonen sein, wie viel Prozent Abstand und wie viel nehme ich pro Position hinaus, ja. Und da wird es dann eben auch etwas komplizierter für viele. Da habe ich aber auch eine kleine Lösung, weil wir nehmen immer prozentual einen gewissen Betrag aus dem Zinses-Zinseffekt hinaus, in dem Fall. Und das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert im Zusammenhang mit Alertatron. In dem Fall Alertatron, wer das noch nicht kennt, kann das machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass über andere Bot-Anbieter, ich benutze selbst Alertatron, deswegen zeige ich das über Alertatron, aber das könnt ihr 1 zu 1 so umsetzen, was ich euch jetzt zeige, in euren Trading-Bot-Anbieter wie Freecomma oder anderen. Ich persönlich mache das mit den Signal-Bots in Alertatron, was hier links ist. Warum? Warum? Das sind Hochgeschwindigkeits, ja. Wenn da ein Alarm kommt und das Signal übertragen wird, ja, dann ist das eben so, dass das wirklich innerhalb von einer Millisekunde, also es geht super schnell, Millisekunde übertrieben, aber ein Augenzwinkern und die Position ist offen, ja. So weit kann ich das mal sagen. Und das ist natürlich in dem Fall, wenn ich Market Order hineingehe, super wichtig. Genau. Als allererstes, ja, bevor man den Trading-Bot auch noch einrichtet bei Alertatron, ja, ich habe hier jetzt, weil dieser gerade nicht genutzt wird, werden wir das hier jetzt nochmal einrichten, ja, aber was ist wichtig, was gehört, egal auf welcher Börse ihr seid, ja, ihr habt diese Möglichkeit, das einzurichten, ja, ich bin jetzt auf, ich zeige es euch bei BitGuard und bei Bybit, aber ihr müsst, wenn ihr drinnen seid, in den Futures, ja, dort wo ihr tradet oder Derivatives bei Bybit, müsst ihr hier auf die Einstellungen gehen und ihr müsst unbedingt den One-Way-Mode einschalten. Das ist wichtig, ja, Alertatron unterstützt zwar den Hedge-Mode auch bei den Signal-Bots, ja, aber wir brauchen den One-Way-Mode und dasselbe ist aber auch hier bei BitGuard, da muss man hier hineingehen und man muss hier den One-Way-Modus, weil von Standard ist hier der Hedge-Modus eingestellt und den wollen wir nicht, dann würde auch keine Position aufgehen, sondern der One-Way-Modus ist benötigt, ja, das ist mal ganz wichtig. So, und jetzt gehen wir hinein, was wollen wir? Ich möchte ja jetzt für jedes Signal, und wir werden mal ganz kurz einen Replay-Modus machen, wenn ich hier hineingehe, ich möchte ja wirklich für jedes Signal, was hier jetzt dann kommt, wir haben hier ja einen Stop-Loss, wir haben den Entry, wir haben Take Profit 1, 2, 3, 4 in dem Fall und was haben wir noch? Wir haben ja den Stop-Loss, der auf Break-Even gehen kann und den Stop-Loss, der in den Profit kann, so wie dieser hier, ja, und wir wollen für das alles Alarm erstellen, damit das eben automatisiert geschehen kann. Wie sieht das jetzt aus? Ich gehe einfach jetzt mal hier hinein in die Einstellungen und wir haben hier, ja, beim Momentum-Moves haben wir innerhalb der ersten, oder ganz oben beginnen wir mit den ganzen Long-Entries und Long-Take Profits. Das sind Alarm-Boxen, wo man einen Code hineingeben kann, oder wenn ich sage, ich trade manuell, kann ich einfach sagen, ich möchte, ich weiß jetzt, ich möchte jetzt ruin 30 Minuten long gehen, ja, jetzt reicht mein Take Profit 1, ja, das sind so Dinge, die ich hier eingeben kann. Aber in dem Fall nutzen wir sie jetzt in diesem Beispiel für einen Trading-Bot. Dann haben wir Long-Break-Even und Long-Stop-Loss. Long-Stop-Loss kann entweder sein, dass es der Stop-Loss ist, der hier erreicht wird, ja, der hier oben angezeigt wird, den sieht man jetzt etwas schlechter. Ich mache nochmal ganz kurz den Replay-Modus an, damit man das auch nochmal besser erkennt. Das kann eben dieser Stop-Loss sein, ja, oder dasselbe Alarm gilt aber auch für den Stop-Loss, der in den Profit geht, ja. Und das ist ein und dasselbe Alarm, weil der Stop-Loss wird dann eigentlich nur in den Profit verschoben und ist dann eigentlich 1 zu 1 dasselbe. Das heißt, man schließt ja da eigentlich 100%. Genau. Wie geht man jetzt vor? Und das zeige ich euch jetzt anhand diesem Bot, weil der ist schon mehr oder weniger vorbereitet. Man kann auf jeden Fall auch jederzeit einen neuen eröffnen. Aber wie geht man vor? Ich gehe jetzt hier auf Settings. Ich kann hier mal aussuchen, was für eine Börse nutze ich. Und ihr seht hier, Alertatron hat unglaublich viele Börsen zur Auswahl, was das hier angeht. Ich werde mal schauen, ob ich das hier einmal ein bisschen ran zoome, dann sieht man das auch besser für euch. Genau. Bybit, man sieht ja BingX, BitMEX, es ist so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Da sucht man sich aus, was man möchte, das ist jetzt Bybit. Dann kann man schon vorab eingeben, was für ein Symbol soll es sein. Wichtig ist, und das geben sie eh vor, wenn ich jetzt zum Beispiel auf BitGate gehe, dann gibt er das sofort vor, wie soll das Symbol ausschauen. Und bei BitGate ist es ganz wichtig, dass danach auch UMCBL steht. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt sagen, in meinem Fall ist es ja Rune, und da gebe ich das so hinein. Ich lasse das jetzt einfach mal so, oder was war denn das vor? Das war vorher, glaube ich, ein Bybit-Bot, und bei Bybit ist es eh nur Rune USDT. Und das ist wichtig zu beachten. Und jetzt gehe ich einfach nochmal hinaus, normalerweise sagt man Update-Bot. Und dann geht man neben den hier, wo hier steht, dieser kleine Pfeil, da geht man hinein, und da startet man dann hinein, diese Bots eben zu erstellen. Das allererste, was man machen muss, man muss hier einen API-Key hinzufügen. Da geht man hier hinein, und dann sagt man, hey, ich möchte hier meinen Namen des API-Keys, die API-Key selbst und die API-Key-Secret. Da kommen wir dann auch noch zum Schluss, wo man den erstellt. Ja, das ist nur wichtig, dass das angebunden ist, damit man noch weiß, hey, das soll auf deinen Account hingeschoben werden. Genau, dann starten wir jetzt einmal weiter mit den Signalen, die wir öffnen wollen. Weil ich möchte euch jetzt, bevor wir dann weitergehen, ich möchte euch zeigen, wie ich jetzt diese ganzen Signale hier einfüge, die ich hier erstelle. Und wie gesagt, das kann man wirklich bei jedem Bot-Anbieter so machen. Das allererste, was ich jetzt machen möchte, ist ja Open Position. Eine Open Position, dann sage ich hier ein New Signal, und er fragt jetzt eh schon, was möchte ich? Ich kann das oben benennen, wie ich möchte, Open Rune zum Beispiel. Und 30, weil ich weiß, der 30-Minuten-Chart, dann fragt er mich noch, hey, möchte ich das in Coin oder in USDT? In dem Fall sage ich USDT. Wenn ich etwas anderes möchte, ich kann noch mehrere verschiedene Coins hier reingeben und zusammenlaufen lassen. Aber in dem Fall sage ich jetzt nur Rune. Ich möchte eine Long. Dann fragt er mich noch, möchte ich ein Prozent der Equity, was darin ist? An Base Currency, das wäre dann Rune. Die Quote Currency, das wäre der USDT. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte wirklich immer nur 800 Dollar oder 100 Dollar oder 1.000 Dollar nehmen, dann nehme ich die Quote Currency oder ein Prozent der offenen Position. Wir gehen das jetzt einfach durch, weil der Indikator ja mit Zinseszins läuft. Das heißt, mit einem Startkapital und daraufhin berechnet er alles. Sage ich jetzt Prozent of Equity oder Balance. Das, was jetzt wichtig ist, wir können nicht 100 Prozent nehmen in dem Fall, weil ich sage jetzt so, in dem Fall sage ich, ich möchte Isolated, ich möchte 1x machen. Weil diese Ergebnisse sind ja 1x Ergebnisse, das macht mich glücklich. Wenn andere Leute mehr wollen, können sie natürlich den Hebel in die Höhe schrauben. Aber ich sage hier Isolated, 1x. Und davon sagen wir, wir wollen nicht mehr 100 Prozent. Wir wollen ja das ganze Kapital, was hier zur Verfügung steht, immer wieder hineingeben. Das geht aber nicht ganz, du brauchst ein bisschen ein Restkapital. Das heißt, man kann das ein bisschen zurückschieben und dass ich sage, okay, ich mache zumindest 95. Für alle, die es nicht wissen, man kann das, weil das mit diesem Mauszeiger nicht ganz so easy geht. Ich kann das dann hier machen und ich kann mit der Taste, mit dem Pfeiltasten da auch noch ein bisschen hin und her schieben. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt auf 95,1 und ich tue jetzt mit dem Pfeiltasten und bin bei 95 Prozent. Das Wichtige, und das ist bei den Open-Signalen, bei den Öffnungssignalen, geht ihr noch unten auf Advanced Option. Das habt ihr auch bei euch überall drin. Und dann nehmen wir nicht All Existing Orders, das brauchen wir nicht. Close any existing position. Denn es gibt die Möglichkeit, dass der Indikator hier und da einfach von einer Position in die andere wechselt. Ich muss jetzt nur kurz schauen, ob wir so etwas hier haben. Nein, das war Break-Even. Genau. Sagen wir hier, er geht Short und von dieser Short, obwohl er noch ein Take-Profit offen hat und diese Position offen war, geht er hier. Ich möchte jetzt kurz etwas ausmachen, weil das ist ein bisschen verwirrt am Chart, damit ihr das auch besser seht. Ich kann die Trading-Labels nämlich hier ausmachen. So, obwohl diese Position noch offen ist, er hat weder einen Stop-Loss im Profit oder den Take-Profit oder so erreicht, öffnet er hier sofort eine neue Long-Position. Deswegen ist es wichtig, close any position, dass man das eingibt. Aber das machen wir eben beim Long, damit der Indikator weiß, bevor er diese Position eröffnet, schließt er jede jegliche Position, die eben offen ist gerade und ist dann ready für eine neue Position. Das geht aber wirklich in Bruchteilen von Sekunden, aber das ist wirklich wichtig zu machen. Dann klicke ich Create Signal. Jetzt heißt das Open Rune 30, aber jetzt habe ich ja nur Open eingeben, wir wollen ja Open, ich benenne das jetzt noch um, machen wir das so, Open Long Rune 30, gibt ja einen Grund, weil wir haben ja Short Signal genauso. Dasselbe mache ich jetzt nochmal mit Open Position, New Signal und dann mache ich Open, was haben wir gesagt, Rune, ich glaube Long, ist jetzt auch egal, 30. Und dasselbe mache ich jetzt genauso, nur mache ich jetzt hier Short Sell. Ich mache hier wieder mein Percent, sorry, Percent of Balance, of Equity, gehe auf 100 und schiebe das einfach wieder zurück, eben auf die, das ist immerhin das finkliche Arbeit. Aber wenn man dann mal da ist mit der Tastatur ein bisschen zurückgehen, ihr seht da schon, dann kommt man mit dem Pfeiltasten auf die 95%. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte hier wieder Isolated 1x und das Cancel All Existing Waters kann man machen, ist jetzt nicht nötig, aber Close Any Existing Position. So, jetzt habe ich auch meinen Short, jetzt habe ich hier aber wieder Long, habe ich hier eingegeben Long, mein Fehler. Man kann das jederzeit bearbeiten, ja, ich wollte ja Short. So, Short 30, genau, dann habe ich jetzt das. So, für Long und Short brauchen wir natürlich hier ein separates Signal für die Öffnung. Und jetzt geht es aber weiter, ich möchte eine Position schließen. Und jetzt geht es an, an die Take Profit 1, ja, bis, bis, ähm, 4. Das richten wir jetzt ein und damit man natürlich auch weiß, wie viel man hier hinaus nimmt, weil ich habe hier diese Einstellung, das sieht man ja. Bei 0,85% möchte ich 30% hinaus, bei 2% 20, bei 4% 30, bei 8% nochmal 20. Ist natürlich für die Berechnung etwas schwierig, man kann es natürlich machen, aber im Kopf ist es natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Aber wie geht man hier vor? Ich weiß ja, und da habe ich etwas vorbereitet, ich habe 1000 Dollar zum Beispiel in meinem Trade darin. Das nächste, was ich möchte, ich möchte, ich weiß ja, ich möchte bei meinem Take Profit 1 300 Dollar rausnehmen, weil es ja 30% sind, ja. Beim Take Profit 2 möchte ich 200 Dollar rausnehmen, bei Take Profit 3 300 und bei Take Profit 4 200, weil ja das meine 30, 20, 30, 20% sind. Jetzt weiß ich, 30% muss ich hier hinausnehmen, dann sind 300 Dollar da draußen, aus den 1000, bleiben 700 über. Und jetzt muss ich natürlich berechnen, wie viel sind 200 Dollar von 700, damit ich weiß, wie viel Prozent, und das habe ich aber schon vorbereitet, ja, kommen hier hinaus. Da gibt es etwas für die Leute, die im Kopf jetzt rechnen, nicht so stark sind oder es auch nicht wollen, blitzrechner.de, ja. Und da gebt ihr einfach ein, okay, ich habe jetzt 700 Dollar Rest und ich möchte 200 Dollar hinausnehmen, dann sagt ihr hier, wie viel Prozent sind, ja, 200 Dollar von 700. Eigentlich super simpel, dann kann man auch nichts falsch machen, man weiß, das sind 28,57%. In dem Fall sage ich dann, okay, ich möchte hier, ich habe das ja schon vorbereitet, 28% hier, 28,5% rausnehmen. Ja, damit wir jetzt eben auch wissen, wie eben die einzelnen Positionen, die jetzt hinauskommen, berechnet werden. Jetzt habe ich 500 Dollar Rest und ich möchte von 500 Dollar den Prozentsatz von 300 wissen. Das heißt, ich sage, wie viel sind 300 Dollar, ja, und von 500, damit ich weiß, ich muss 300 aus meiner Position nehmen. Das heißt, ich muss beim nächsten, sind es 60%, die hier hinaus müssen. Ja, und bei Tech Profit 4 ist das eigentlich ganz egal, bei Tech Profit 4 muss ja sowieso die Position geschlossen werden oder wenn wir das halt so rausnehmen, dann heißt es 100%. Und jetzt habe ich meine Prozentangaben hier, die ich benötige für den Bot. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Bot, schauen sich das an und jetzt möchte ich eine Position, eine Close Position, das heißt ja nicht, ich close sie zu 100%, sondern ich sage, close TP1 zum Beispiel, ja, und das habe ich jetzt hier eben, die close TP1, habe eben auch den Rune und sage, ja, ich möchte hier jetzt, das haben wir vorhin gesagt, 30% aus dieser Position nehmen. Und das mache ich dann in dem Fall auch hier, ja, und sage ich, okay, ich möchte hier nicht 28, 31, bisschen zurück. 30,7, wieder ein bisschen mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur, ja, spielen, dass man auf die 30% kommt. Advanced Position und so, da ist es eigentlich ganz egal, da braucht man da nichts reingeben. Percent of Open Position ist ganz wichtig, dass man hier dann hinaus nimmt, ja, und Sache erledigt. Dann Create Signal. So, und dasselbe mache ich aber jetzt ein neues Signal. Ich mache das jetzt wirklich im Detail durch, ja, damit auch nichts, nichts geschehen kann. So, nicht das wollte ich, das habe ich ja schon, sorry. Close Position, ich gehe das jetzt noch im Detail durch. Close TP2, was haben wir hier gesagt? Bei Close TP2 möchte ich 28,5% hinausnehmen. Ich weiß, das ist ein bisschen mühselig, aber ich werde das einfach mal durchgehen. Vielleicht überspringe ich dann TP3 und TP4 nochmal, wer wisst ja eh, wie es jetzt funktioniert. So, 28,5, das ist das, was wir wollten und Sache erledigt, ja. Dasselbe mache ich jetzt noch bei TP3 und TP4. So, und jetzt bin ich auch schon bei TP4, ja, das habe ich vorher jetzt nicht eingegeben, TP4 und sage, hier möchte ich noch 100% aus, also der restliche von der offenen Position hinausnehmen. Das muss ich auch ganz kurz ausbessern auf TP3. So, und jetzt habe ich das eigentlich mal vorbereitet, ja. Und jetzt habe ich diese, ähm, ähm, Prozente, die ich hier berechnet habe, habe ich jetzt eben hier darin, ja. Und jetzt kann ich auch auswählen, ey, ähm, oder diese Codes dann nehmen und hier hineingehen. Was ich jetzt noch brauche, ist einfach eine weitere Close, nur für mich zur Übersicht. Ich habe zwar ein 100% Close, aber ich möchte noch eine für Break Even oder für den Stop Loss in Profit, ja. Ähm, Close All. Da mache ich auch einfach 100%, was einem geht und Sache erledigt, ja. So, und jetzt haben wir das alles eingerichtet. Wie geht mir jetzt vor? Jetzt haben wir hier die verschiedenen Möglichkeiten. Man kann auch eine Testposition eröffnen auf Send Now, ja, aber das geht erst, wenn der API verbunden ist und auch die Webhook URL drin ist. Kommen wir aber gleich dazu. Dann haben wir jetzt Open Long, ähm, Open Short, TP1, TP2, TP3, TP4 und das Close All für Break Even und Stop Loss, ja. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit Copy Simple Message oder Copy Full Message. Das dritte Kästchen hier, also das in der Mitte, das nehme ich jetzt hier, ja. Hol mir diesen Code hinein und jetzt gehe ich hier zu den Alarmen, Entschuldigung, zu diesen Einstellungen und weiß jetzt, für meine Long Message kommt dieser, das ist auch nicht dieser, dieser wollte ich jetzt nicht. Moment. Genau, da ist er jetzt drinnen und das ist das Signal, was eben genommen werden muss. Dasselbe mache ich aber jetzt, weil jetzt hole ich mir noch TP1, weil das kommt ja gleich als nächster hinein. Da habt ihr jetzt wirklich ein Komplett Tutorial, wie das funktioniert, Long TP1, dann gehe ich hinüber, hole mir Long TP2 oder ist ja Long und Short TP ist eigentlich egal, weil die sind ja gleich. Dann mache ich das nochmal bei TP3, TP4, ihr habt jetzt wirklich eine 1 zu 1 Anleitung, also wenn ihr das 1 zu 1 so nachmacht, wie ich das jetzt zeige, dann sollte in der Regel auch nichts geschehen. Ja, dann habe ich noch den Break Even und den Stop Loss Alert, das ist eben mein Close All. Oh, den wollte ich jetzt eigentlich nicht senden, aber ist auch egal, ist eh nichts offen. Dann habe ich noch den Break Even Alert, wo ich sage, einfach Close All und den Stop Loss oder Stop Loss im Profit ist auch Close All. Dasselbe muss ich halt jetzt nochmal machen mit Short. Ich weiß, das ist jetzt mühselig, ich werde da noch ein bisschen vorspulen. So, jetzt sind alle darin, ja, ihr seht jetzt, ich habe jetzt alles für Short und alles für Long schon mal vorbereitet und es ist auch jetzt alles so eingegeben, wie es sein soll. Das kann ich jetzt mal so auf OK kicken, dann ist das schon mal in den Hintergrund gespeichert. Wie verbinde ich aber jetzt, dass die Signale natürlich auch, ja, an BitGet oder ByBit verbunden werden, ja, da gibt es jetzt eben die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, das ist ein Muss, dass man die API-Keys erstellt, ja. Warum die API-Keys, da kommen wir dann gleich dazu, weil ohne den API-Key kann der Alertatron nichts an deine Börse senden, ja. Das funktioniert aber dann auch alles mittels einer Webhook, ja, die Webhook, das findet ihr hier dann da oben, das ist diese Webhook, die ist dafür verantwortlich, dass die Verbindung überhaupt steht. Klingt jetzt kompliziert, wir kommen aber jetzt gleich im Detail dazu, wie das genau funktioniert, ja. Gehen wir zum Beispiel mal bei BitGet und wenn man bei BitGet hineingeht und hier runterscrollt, gibt es die API-Verwaltung, das seht ihr hier. Ja, da geht man hinein und dann kommen wir zum nächsten Punkt, API-Key erstellen. Da klickt man eben hinauf und dann klickt man von System erzeugter API-Key, ja. Das Wichtige ist, da gibt man jetzt irgendeinen Hinweis rein, ja, zum Beispiel Momentum-Moves als kleines Beispiel, ja. Das kann man benennen, wie man will und dann gibt es eine Passphrase. Eine Passphrase, ja, die könnt ihr wählen, wie ihr wollt, das ist eigentlich nur ein Passwort. Ich mache jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, ist ja auch egal, ich glaube 8 Dinge sind nötig, ja, mindestens 8. Das ist wirklich nur zum Eingeben, damit man das, wenn man eine API-Key anbindet bei BitGet, muss man das eben auch eingeben. Dann gibt es noch den Lese- und Schreibzugriff, ja, oder Schreibgeschützt. Wichtig ist Lese- und Schreibzugriff und dann sind noch wichtig Orders und Futures, ja. Der Rest unten mit Spot-Margin und so ist jetzt nicht das Riesenproblem, ihr könnt aber auch einfach alles anhaken, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann kann auch nichts geschehen, ja. Wenn ich jetzt dann auf Weiter klicke, dann fragt er dich wegen der E-Mail-Verifizierung, Google Authenticator, ja, das ist ganz normal. Aber dann kommt eben, was ihr dann bekommt, ja, ist der Add-API-Key und ihr bekommt dann ein API-Key und ein API-Secret. Das kopiert ihr hier einfach hinein. Bei BitGet ist es noch eine Passphrase, ja, die auch hier hineinkommt. Und das ist dieser Code, was ich gerade gesagt habe, was du wählst, aus acht verschiedenen Nummern, Zahlen, wie auch immer. Und das kommt hier noch dazu und dann Add-Keys. Wenn das geschehen ist, ja, dann muss man kurz warten, dann bekommt ihr hier aber auch, ja, ein API-Keys appear to be valid. Wenn das der Haken hier ist, wisst ihr, dass es funktioniert. Dann ist ja auch alles gut eingerichtet. Der nächste Schritt jetzt, wollen wir nur noch den Alarm stellen und dann sind wir auch schon fertig. Wir haben hier diesen Webhook. Wenn man darüber scrollt, klickt man einfach rauf, ja, dann steht hier schon Copy it to Clipboard. Dann geht man zurück. Wir haben ja vorhin schon alles eingerichtet, was wir wollen. Der letzte und aller Punkt ist jetzt eigentlich nur Add Alert on Momentum Moves. Da lassen wir das so, wie es ist, ja, oben. Da brauchen wir nichts machen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel noch sagen Momentum Moves, keine Ahnung, Rune 30, ja, als kleines Beispiel. Und ich mache jetzt hier noch Test, damit ich das auch unterscheiden kann. Und bei den Notifications gibt es noch etwas, ja. Da ist es jetzt das Wichtige, was wir brauchen, ist die Webhook URL. Und das ist die, die jetzt wirklich benötigt wird, damit das überhaupt in Verbindung steht. Diese gebt ihr hier ein. Und wenn das hier drinnen ist und ihr klickt auf Create, dann läuft das ganze Hexenwerk schon. Und alles wird vollautomatisch durchgeführt. Weil ihr habt jetzt alles verbunden, so wie es geht. Wenn ihr das wirklich eins zu eins so macht, egal ob welche Börse ihr jetzt seid. Wie gesagt, nochmal, ihr habt vorher gesehen, es gibt unglaublich viele Börsen, die man hier zur Auswahl hat. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hinunter. Sucht auch eurer Börse hinaus, die wirklich für euch ansprechend ist, ja. Mit der ihr tradet für BitGet, habt ihr unten auch einen Link in der Videobeschreibung, bekommt einen tollen Bonus. Und ja, so funktioniert das. Genau, und das war es jetzt auch mit der Einrichtung. So, und schaut euch das an. Kommt auch in meiner Telegram-Gruppe, in die Community-Gruppe, da habe ich die Momentum-Moves, gibt es eine Public-Gruppe als eigenes Thema. Schaut da hinein, ihr findet dort Backtests, ihr findet dort die Leute, die das bereits nutzen, ihr findet eine Liste von Ergebnissen. Unglaublich guter Indikator. Mega zum Manuell-Traden, mega aber auch zum automatisierten Traden. Und deswegen war jetzt auch dieses Tutorial hier. War ein bisschen länger, aber ihr sollt auch wissen, wie das im Detail funktioniert. Weil auch dieses Tutorial wird jetzt eben auch, wie alle die Momentum-Moves haben, zur Verfügung gestellt, damit die auch wissen, wie das funktioniert. Wie gesagt, bei jedem Bot-Anbieter wird es minimale Unterschiede geben für die Einrichtung, aber im Prinzip funktioniert das alles gleich. Es wird so simpel wie möglich, damit jeder so einen Bot-Arm nutzen kann, das so simpel wie möglich dargestellt bei den Bot-Anbietern, damit da eben nichts zu kompliziert wird. Das war es jetzt auch mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Liken, teilen, kommentiert ein bisschen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.